Unterschiedliche Käsesorten und unterschiedliche Käsegrößen brauchen natürlich auch unterschiedliche Käsemesser. Das große Doppelgriffmesser eignet sich sehr gut für große Stücke, für Hartkäse, für Schnittkäse, für halbfeste Schnittkäse. Genauso gut gehen hier diese Eingriffmesser mit der Riffelung. Bei den Weichkäsen können wir unterscheiden für Blauschimmel, für Käse mit Rotkultur und für Käse mit weißem Schimmel. Diese beiden Messer kann ich sehr gut hernehmen, um Folien einzuritzen und die Harfe benutze ich, um die Blauschimmelkäse sauber zu teilen.